Was hat der Bobi mit der Lisa gemacht? Was hat er nur mit ihr im Pisa gemacht? Was hat der Bobi als der Sisa gemacht? Wie hat er ihr das beigebracht? Sonst hat sie nur über die Männer gelacht und selbst der Kenner hat gedacht. Oh, das ist ein Mädel, das das Nein zu dir sagt und dieses Nein nicht nur zum Schein zu dir sagt. Doch was die Lisa von allein zu dir sagt, das hätt sie früher nie gewacht. Was hat der Bobi mit der Lisa gemacht? Was hat er nur mit ihr im Pisa gemacht? Was hat der Bobi als der Sisa gemacht? Wie hat er ihr das beigebracht? Lisa stammt aus gutem Hause, Bäckermeister Gottlieb Krause. Sie war schüchtern wie ein Rehkammer nur in ihre Nähe. Ach herrje. Kürzlich war sie in Italien, was der Vater muss bezahlen, wo mein Freund der Bobi bracht, dieses unbeschriebene Blatt wie verwandelt hat. Was hat der Bobi mit der Lisa gemacht? Was hat er nur mit ihr im Pisa gemacht? Was hat der Bobi als der Sisa gemacht? Wie hat er ihr das beigebracht? Wie leicht war es nur der Chianti Wein und Italien Sonnenschein? Oder ihre erste Liebe? Wie leicht ist dir alles ganz egal, seit der Mann kam ihrer Wahl? Doch ich frag mich noch mal, Was hat der Bobi mit der Lisa gemacht? Was hat er nur mit ihr im Pisa gemacht?